Hallo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, bzw. Let's Play. Wir werden Minecraft spielen mit der MG Community. Mit dabei Flo, der Freak, JP, Sarah und Berno. Wir haben noch ein bisschen Platz frei, also wenn eventuell wer Bock hat mitzuspielen, wie auch immer, gerne auf dem Discord joinen. Link in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir, was wir alles gemeinsam aufbauen können. Ich werde mich am Muten, dann hört ihr die anderen Idioten auch. Spaß, sind kein Idioten, sind gute Menschen. Und ja, dann gucken wir, was so geht. Ich bin fertig. Okay. Let's, let's fetz. So, let's go. Was machen wir mit, was wollen wir an? Wir werden Bäume. Okay. JP macht Speedrun wieder. Wir gucken einfach, dass wir jetzt erstmal ein bisschen was Waffenmäßiges, Holzmäßiges, wie auch immer. Und dann Gesundheit Flo. Vielen Dank. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie einen schönen Platz finden, wo wir uns alle gemeinsam ausbreiten können. Dass wir alle in der Nähe irgendwie unsere Häuser haben. Und Bank. Also so ein bisschen auf kleine Stadt bauen, oder was? Ja, ja, genau. Okay. Ich würde direkt sagen, dass ich verkehrt habe, habe ich Scheiße gebaut. Ja, guck, ich wollte gerade Stein holen und das erste, was Benno macht, er macht sich erst mal auf seinem ganzen Holz 40 Sticks. Hacke machen wollte, weil der Schiff gedrückt hat. Hä? Oh, was? Du legst die wieder da hin. Hey. Ihr seid doch mal weg gewesen, ich dachte, ihr lauft weiter. Nein, nein, erstmal gucken wir jetzt, dass wir Waffen und sowas kriegen und dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen. Keiner läuft hier weg, ohne mir Bescheid zu sagen. Okay, ich bleibe sonst zurück und verlaufe mich. Die ganze Zeit auch. Hat schon jemand Eisen, oder was? Na klar. Kapper. Oh, ich habe auch schon Eisen. Gut. Obwohl ich nicht mal was sehe. Angeber. Was? Ich spiele Shader und sehe eigentlich gar nichts. Ich habe gar keinen Shader drin, ich sehe nichts. Alter, ich muss den Shader ausnehmen. Ihr müsst aufpassen, ihr beide, ne, wenn ihr aufnehmt und es ist dunkel und man sieht auf YouTube nichts mehr dran. Ich habe schon Brightness an. Wo kann ich das einstellen? Hier wird man bei... Videos verdänkst. Also Grafikeinstellungen. Deine Ernst? JP, Alter. Kannst da bleiben. Ja. Okay. Das ist perfekt gemacht. Wollen wir alone? So, okay. In welche Richtung wollen wir laufen? Wieso laufen wir jetzt schon? Hä, weil wir alles schon unser Grund-Equipment haben. Ach so. Äh, Grafikeinstellungen. Wo kann ich das denn hier machen? Kann ich das denn hier machen? Hätte ich kein Hell oder wie? Ja. Oh man. Habe ich schon längst. Und es ist immer noch dunkel. Egal. Kann ich mir halt da Fackel machen? Ich habe hier schon Kohle gefunden. Sehr gut. So. Ich habe die Base. Ich würde behaupten, Schneebium ist scheiße. Deutlich. Oh. Habt ihr die Werkbank mitgenommen? Da hinten ist ein Schiff. Ahnung. Wo waren wir dahinter? Wo seid ihr überhaupt hin? Ich bin immer noch beim Start. Alles gut. Ich bin auch noch da. Da unten beim Hellen. Das sind Korallen. Da möchte ich kein Schiff. Wo bist du denn, Benno? Oh wow. Ich bin fast tot. Äh, warte mal. Ich komme kurz hoch. Ich komme kurz an die Luft. Hier. Du hast mich kurz zu sehen. Hier. Hier. Umdrehen. Umdrehen. Ja. Nein. Ja. Ja. Und bei Korallen sind doch auch ein geiles Stuff. Weiß ich nicht. Das sind Korallenbröcke. Aber ich muss mir jetzt kurz eine Fackel bauen, anders geht es nicht weiter. Warum sieht das so komisch aus? Lol. Mein ganzes hat es bewegt. Ganzes was? Hat. Mein ganzes hat es komisch. Du musst dir vorstellen, die Stöcke gehen nicht in die Luft. Du bist du bei mir oder was? Ich bin vor dir. Und du musst dir vorstellen, die Stöcke gehen nicht in meine Crafting rein. Hast du schon Essen? Hau zuerst schon essen. Meine vier Felder beim Handwerk sind mega verbockt. Die sind einfach ganz woanders. Dann hast du ein falsches Tech-Shoppack. Ja, ich hab'n Tech-Shoppack drin, aber das... Raus hier. Hier sieht nichts wirklich aus, als wenn hier irgendwas brauchbares ist. Hier hinten irgendwie aus. Hier kriegst du Seegurken. Aber die Seegurken kannst du essen, oder was? Keine Ahnung. Seegurken? Ja, okay, dann lass wieder zurück zu den anderen. Hier trinke. Ah, nice. Oh mein Gott. Hat irgendwer eigentlich schon echt? Ja, Flipport schon Äpfel. So, wir gehen jetzt Richtung Startpunkt wieder, treffen uns da und dann laufen wir gemeinsam in Richtung geiles Weh um. Ja, ich bin hier immer noch. Ey, Flipport, ich hab' 2,5 Herzen. Hilfe. Wurste von einer Hexe penetriert? Nee, ich hab' einfach nur Hunger. Weil... Ah. Ich musste ihn einfach durch den Schweiß. Fleisch ist nix. Warte. Ich hab' mich verschwommen. Wir haben mich verlaufen! Hallo! Ja, ich... Alla! Und Flo macht direkt PvP. Er schlägt mich direkt tot. Das ist auch noch schwer. Oh, da ist ein Creeper. Ja, David. Flo, ich hab' nichts zu essen. Okay, ich seh' Flo'n Benno. Ja, warte. Danke, Flo, sehr aufmerksam. Hat mich jemand gehauen? Kann ihr mit... Ich hab' noch ein halbes Herz und Hunger. Nee, wir haben die... Selber. Ja, auch. Ich hab' Hunger. Wenn ich weiter noch nicht noch mal hauen, bitte. Ich hab' nicht. Jünger, warum sieht mein Auto-Pack so geil aus? Flo, ich komme zur Rettung. Ach so, dann geht's gleich hoch. So, okay. Sind wir jetzt alle da, oder was? Flippung, super. Jetzt hat jemand mein... Ich hab' meine Weckbank. Benno, wo bist du? Ah, okay. Oh, Oh. Ooo... Oho, oh. Oh, OO. Und wenn wir den neuen Wesen suchen. Oh. Hier ist ein Steinfitzacke, danke. Das war ein Flippo. Ja, klar. das spiel verlassen der plan der plan ist jetzt wir suchen uns jetzt irgendwas schönes biomächtig ist das sind noch mehr ich hab dein holzflug hochgeworfen dann gehen wir gehen in richtung sara in richtung sara hier ist schon eine ok so wo seid ihr jetzt alle hier hinten ich bin hier meine richtung einfach mir nach ja 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 ok dem reiseführer hinterher weil torben ahnung von der web gar nicht soll da da weiß auch nicht mehr als wir vielleicht findet man schönes biom da hinten sind schweinchen jawohl vielleicht muss ich gleich einmal irgendwie gucken habe ich das kommt ich schaffe das also flippo speed rund alles was minecraft angeht ich weiß nicht ihr seid zu schnell ich habe großes schweinefleisch schon mal sara hier ist eine klippe nicht runterspielen guck mal wer war eben hier ja ich war hier flo lass es ich bin fast tot ich auch haben wir schon einen ofen ja ich habe einen dann braten wir jetzt einmal ab dann brauchen wir nur kohle warte ich mach nur ja hab ich was hey wer hat denn die kohle rausgenommen ich nicht oh oh das geht anscheinend auch NEIN wow du hast schlecht ich habe hier noch nicht gesehen hier warum geht nur so ein kleines stückchen in die hölle bumm ja gut aber jetzt habe ich wieder volles essen easy ach du scheiße geh da lieber nicht rein so wenn du geh da mal kurz ganz geh da mal kurz ganz unten durch mach einfach mal will ich jetzt irgendwo in ofen ja hey du kleines wieses arschloch hey sorry ich wollte die spinne eigentlich treffen dann ist mir eingefallen dass ja pvp auch an ist ich hab mir schon mal ein bisschen ich hab mir schon mal ein bisschen fleisch gesetzt ich geb dir mal deinen stuff wieder hier warte hier hier ja mach das genau am besten da wo die ich hab's darf was gibt's hier gespielt der stuff ist eigentlich komplett von flow aber gut ok flippo hat einen smoker wir am ofen wo sind meine sachen ich weiß nicht was hast du hier merkbaren kreuz das 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 wenn hier verteilt ich will auch nochmal so sind nicht was wo sind nicht ok wir haben das fleisch wir haben alles andere dann letztes alter lass uns was suchen ich will halt nicht ins schnee biome doch wir laufen gerade weg okay ich bleibe einfach hier wenn du klaus mit mein zeug hilft nur beim abbauen ich bin hinter euch ich habe hallo danke ich habe den ganzen plan ich hab den ganzen auf der holz die mich nicht schlagen ich habe ein ganzes darf doch gegeben ich habe doch getötet ja ich will aber meine rache ich habe ein stuff das ist schon mal gut du weißt aber nicht wo du längst ist ja absolut könnte machen wenn uns beide gespawnt nein bin ich nicht ach so doch ich bin schon losgelaufen ich sehe dich warum nimmt hier gleich erst mal was suchen warum können wir uns nicht gegenseitig erst mal nicht umbringen also ich habe auf jeden fall eisen und wolle gehabt ich habe schon mal was schon mal gut ist das sind pillager warum findet ihr schon pillager die haben uns gefunden ich komme außen rum wenn du hast schon weit weg ich bin dafür wo ich gestorben bin hast du bist gestorben jetzt von denen nein da traurig ich mich doch ne flussig andere seite schatz das war einer ich gehe mal lieber weg bevor ihr mich weg macht also ich sollte jetzt vielleicht lieber nicht in ein dort gehen wenn du willst ok schade